Wir sind ein Team! Sommer, Sonne, Spaß und ganz viel Sport beim Sommer Kids Cup der LG Nord. Über 40 Teams hat es diesen Samstag ins Stadion an der Finsterwalder Straße gezogen, um sich nicht nur gegenseitig zu messen, aber auch neue Erfahrungen zu sammeln und als Team zusammenzuarbeiten. Mir geht es auch hier um Spaß und dass wir zusammenhalten, ist für mich auch wichtig. Wir haben uns am meisten dadurch angefeuert, dass wir einfach ein gutes Team waren und zusammengehalten haben. Als Team kann man halt oft mehr schaffen als alleine, weil man da mehrere Personen hat und mehrere Chancen. An vier beziehungsweise fünf Wettkampfstationen treten die Kinder der Altersklassen U8, U10 und U12 gegeneinander an. Dabei steht vor allem Teamwork im Mittelpunkt, denn in fast allen Aufgaben gehen die Kids als Staffel an den Start. Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl und so können sich die Kinder gemeinsam an neue Übungen heranwagen, wie zum Beispiel dem Biathlon, dem Drehwurf oder der Pendelstaffel. Alle haben irgendwie zusammen Spaß an der Leichtathletik. Seit so vielen Jahren machen wir das schon und ich habe als Kind hier schon mitgemacht. Und jetzt hier zu sein und den anderen zu helfen, ihre eigenen Leichtathletik-Träume zu erfüllen, nach der Pandemie wieder loslegen zu können, zusammen Sport zu machen, das macht echt Spaß. Selbstverständlich darf der Spaß dabei nicht zu kurz kommen. Sich anfeuern, sich gegenseitig unterstützen und sich als Team finden. Darauf kommt es an. Und auch wenn die Ergebnisse an diesem Tag eher in den Hintergrund rücken, gibt es natürlich für alle Kids-Urkunden und für die Siegerteams sogar Medaillen. So werden Erinnerungen geschaffen und jedes der Kinder scheint seinen ganz eigenen Favoriten zu haben, was ihnen dann am besten gefallen hat. Mir hat am meisten Spaß gemacht, der Weitsprung. Mir hat am meisten Staffel aufgefallen, weil da kann man halt nochmal alles geben, auspowern. Am meisten Spaß hat er mir viel Weitsprung gemacht und Hindernis-Staffel, weil da haben wir viel gerannt, gesprungen und sich sehr angefeuert. Ich finde es sehr toll. Unterstützt Ben die Kids nicht nur von zahlreichen Familienmitgliedern, Freunden und Trainern, die an der Seitenlinie für eine großartige Atmosphäre sorgen, sondern auch von der Innungskrankenkasse Berlin-Brandenburg, Partner des SC Tegeler Forst. Uns lief die Gesundheit aller, insbesondere die der Kinder und Jugendlichen, am Herzen. Deshalb unterstützen wir den Berliner Breitensport zum Beispiel in Form des Sommer-Kids-Cups und auch des Berliner Firmenlaufs am 29.06.2022. Für diesen könnt ihr euch auch immer noch anmelden. Wenn ihr Teamwork aus erster Hand erleben wollt, dann macht mit. Alle wichtigen Infos findet ihr unter www.berliner-firmenlauf.de Für die Kinder geht ein aufregender und erfolgreicher Tag zu Ende. Und man sieht es ihnen an, wie viel Freude sie hatten. Denn das ist das Motto beim Sommer-Kids-Cup der LG Nord. Sommer, Sonne, Spaß und ganz viel Sport. Untertitelung des ZDF für funk, 2017